Ok, ich muss jetzt noch mal den kompletten Gleisdreieckpark filmen. Das ist wirklich ein einzigartiger, wunderschöner Park mit riesigen Wippen. Da oben ist BVG.de, die U-Bahn. Da seht ihr die U-Bahn. Die fährt dann da lang. Die fährt hier zum Gleisdreieck, das ist dort. Da ist auch ein schönes Restaurant oder ein Biergarten oder sowas ist da. Das ist einfach traumhaft hier. Wie gesagt, hier sind viele kleine Geschäfte, Restaurants, Bars, Dreckereien. Hier kommt der Zug, hier Deutsche Bahn. Das ist dieser Odeck. Fernbahn Odeck fährt da. Das ist der Nord-Süd-Tunnel. Der fährt hier in den Tunnel rein, die Odeck-Bahn oder die ICEs von der Börschen Bahn. Und fahren dann zum Potsdamer Platz und weiter zum Hauptbahnhof. Das ist einfach Berlin. The place to be.